Das ist wirklich unfassbar. Super GAU für Mario Vogt in Thüringen, denn jetzt wurde sein gesamter geheimer Plan, sein Vorgehen komplett enthüllt und es ist wirklich unfassbar, was da in Thüringen abgeht, denn er bereitet nicht nur eine Minderheitsregierung vor, nein, er bereitet sogar oder hat jetzt schon wie scheint fertig eine Regierung mit dem BSW und der SPD zusammen und er als Ministerpräsident. Das ist ein wirklich riesiger Skandal. Es sollen sogar schon die einzelnen Ministerposten, die einzelnen Ministerien verteilt worden sein und das, um das nur noch ein bisschen einzuordnen, an die Partei, die gegen die AfD komplett die Wahl verloren hat. Herr Höcke hat fast 10% mehr. Trotzdem schustert jetzt Mario Vogt eine Koalition zusammen, nur um nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu müssen, obwohl die AfD 10% stärker ist und jetzt obendrauf wurde über Mario Vogt enthüllt, dass nicht nur er irgendwie Ministerpräsident werden soll, sogar die ganzen Ministerien, wer auch die ganze Kohle am Ende, das ganze Geld bekommt, von uns steuern zu dann natürlich mal wieder, das soll auch schon alles verteilt worden sein. Da ist man sich natürlich gleich einig, aber um die wirklichen Probleme und um den Wählerwillen, darum schert sich wirklich keiner, ja. Die AfD wird komplett fallen gelassen, auch Herr Höcke und so weiter wurde nicht mal zu Gesprächen eingeladen von der CDU. Soll ich ein riesiger Skandal, was sie da genau machen, was sie auch für Ministerien und so weiter jetzt schon haben, schauen wir uns mal direkt an. Und zwar hat Apollo News schon geschrieben, Thüringen, Fake Papier im Umlauf. CDU, BSW und SPD sollen sich schon auf die Verteilung der Ministerien geeinigt haben. Also sind sich schon einig, wer welches Ministerium bekommt. CDU, BSW und SPD in Thüringen haben ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen, ja, und wollen am Freitag die Ergebnisse präsentieren. Einem Papier zufolge will man sich auch schon über den Zuschnitt und die Aufteilung der Ministerien geeinigt haben. Die Parteien dementieren das jedoch, also die sagen bisher noch nicht, ja. Natürlich weiß man in Wirklichkeit, das ist wahrscheinlich schon lang klar. Und was halt besonders krass an der ganzen Sache ist, der Verkaufen, die Verkaufen, das ist jetzt einfach so. Ich lese Ihnen hier zum Beispiel mal ein Zitat vor. Man habe über die Bildung einer tragfähigen Regierungskonstellation gesprochen, teilte man knapp mit. Dabei habe man erfolgreich Schnittmengen sowie Lösungen ausgehandelt, erklärten sie. Ja, also diese ganze Gruppe von Sondierungsgesprächen, ja. Und da muss man sich mal vorstellen, was sollen denn das für Sondierungsgespräche sein? Die CDU hat eine Brandmauer zur Linken, macht aber mit dem Spin-off der BSW gemeinsame Sache. Ein unglaublicher, ja, riesiger Skandal. Und wer jetzt hier genau welches Ministerium bekommen soll, jetzt passen Sie mal gut auf, jetzt wird es noch heftiger. Das ist wirklich unglaublich. Hier, das BSW, also die, wo der Linkspartei sowas von ähnlich sind, soll das Finanzinfrastruktur und jetzt da Wissenschaftsministerium übernehmen. Was hat denn das BSW mit Finanzen zu tun? Auch die SPD, das Innen- und Sozialministerium. Das Innenministerium haben sie eh schon. Und wir schauen uns auch gleich die ganzen anderen Leute für die ganzen einzelnen Ämter an. Aber ist das überhaupt noch zu fassen? Die SPD, die auf Bundesebene auch als Ampel verantwortlich ist für die riesige Kriminalität mit Verantwortung, mit der Faser, die soll das Innenministerium bekommen, während der Nachfolger der Linkspartei die ganz klar sozialistische Züge aufweist, das BSW. Und muss man auch ganz dazu sagen, die Wagenknecht jahrelang, ich glaube sogar fast zwei Jahrzehnte, bei der kommunistischen Plattform Vorsitzender war. Also das muss man sich mal vorstellen. Und das wird jetzt ernsthaft, sollen die irgendwie hier die Ministerium bekommen? Also ich meine, was hatten die CDU für den Anspruch, wenn die noch nicht mal das Innenministerium bekommen? Also da muss man wirklich sagen, das ist bodenlos. Die CDU macht hier wirklich alles mit, nur um an die Macht zu kommen. Vor allem Mario Vogt, wenn das hier wirklich stimmen sollte. Aber man muss sich das mal für Zunge zergehen lassen. Dieser Mann, der tut wirklich alles. Alles macht er mit, damit er Ministerpräsident wird. Und ich sage mal ganz ehrlich, da würde man mir, könnte man so viel Geld mir bieten, wenn man wollte, ich würde es einfach von meiner Ehre aus nicht machen. Nicht nur, weil ich die Wahl verloren habe, wie es aus Mario Vogts seiner Perspektive ist, sondern dass sich dann einer, einem BSW, einer Wagenknecht oder einer Katja Wolf zum Beispiel, die ja wirklich Symbolbild ist, dieser Flüchtlingsweiter zur Politik, was sie an Eisnach als Bürgermeisterin gemacht hat, die dann mit ihrem BSW zusammen, wo sie die Chefin ist in Thüringen, das Finanzministerium, auch das Infrastrukturministerium. Also was ist denn das? Auch das mit dem Innenministerium bei der SPD. Aber keine Sorge, es wird jetzt noch viel krasser, weil da sind ja auch noch anderes rausgekommen. Ganz interessant wird jetzt auch zum Beispiel, wie die darauf reagiert haben. Dieses Dokument, was da rausgekommen ist. Ja, es ist schon ein 125-seitiges Koalitionspapier. Also auch vom Umfang her. Wir werden jetzt auch nochmal ganz wichtig schauen, was da wirklich dran ist. Ist denn das auch überhaupt echt und so? Aber wenn das halt auch wirklich nur stimmen sollte, und ich meine, wie gesagt, am Freitag wissen wir es, dann ist das schon wirklich unfassbar. Es ist unglaublich, wenn die die Ministerien von uns, von uns, wo wir auch alles bezahlen, so verteilen. Das ist wirklich unfassbar. Denn nach dieser unglaublichen Enthüllung, dieser Geheimplan, der da enthüllt wurde, soll nun rauskommen, den Verhandlern zufolge, dass das ganze, Zitat, bisher kein Thema war. Ja, hat ein Sprecher der CDU erklärt. Würde ich hier zum Echtzeichen natürlich auch sagen, wenn rauskommt, dass die SPD das Innenministerium bekommt und das BSW das Finanzministerium. Des Weiteren, auch ganz interessant, stellvertretender Landesvorsitzender des BSW in Thüringen, es handelt sich bei dem Papier um einen Fake. Also ich sage es ganz offen und ehrlich, wir werden es sehen. Was hier zumindest geschrieben wird oder was ausgegeben wird, auch von der SPD zum Beispiel, man habe ChatGPT beauftragt, ein fiktives, 125-seitiges Koalitionspapier für Thüringen zu erstellen. Also finde ich interessant. Tatsächlich enthält das Dokument noch einige Unschimmigkeiten, muss man auf ehrlich zu sein sagen. Aber diese ganzen Leute, wie die die Posten, die Ressorts aufgeteilt bekommen, da muss man schon ehrlich sagen, auch wenn es vielleicht Fragen aufwirft, es macht natürlich Sinn. Ich meine, die Sondierungsgespräche, hier steht es nochmal, zwischen CDU und BSW, SPD wurden zwischenzeitlich unterbrochen, aber ich meine, wenn es um die Macht geht, dann können sie sich natürlich gleich zusammenreißen. Und das hat ja auch Mario Vogt und so weiter gesagt, er will Ministerpräsidenten werden, ja. Und er hat auch ganz klar gesagt, auch natürlich mit der SPD zusammen und auch mit dem BSW, er will das Amt haben. Und mir ist es hier auch wirklich sehr wichtig, im Konjunktiv zu sprechen, sollte dieser Geheimplan, der enthüllt wurde, echt sein, dann ist das ein riesiger Skandal. Ich gehe im Echten zu sein davon aus, dass er echt ist oder zumindest das, was da drin steht, auch so eintritt. Weil, also dass die SPD weiterhin das Innenministerium bekommt, sehe ich eigentlich ohne Wenn und Aber. Ich meine, Georg Mayer, so heißt der Mann aus Thüringen, war ja bisher auch von der SPD Innenminister. Die werden sich dieses Amt nicht nehmen lassen. Und auch dem BSW muss man ja irgendein bedeutendes Amt geben als das Finanzministerium. Also es ist wirklich offensichtlich, was hier vonstatten geht. Und ich muss jetzt mal ganz klar sagen, ich gehe davon aus, dass das am Ende wirklich so eintritt. Ob jetzt genau dieses Dokument echt ist, das weiß ich nicht. Ich meine, ich habe mir das auch angeschaut, es gibt auch Zweifel zum Beispiel, was ja ganz da drin steht. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das Ganze am Ende des Tages so eintreten wird, also von den Ämtern her, dass auch wirklich die SPD dieses Innenministerium bekommt und das BSW, das Finanzministerium, und das halte ich für skandalös. Ich hoffe, ich hoffe einfach nur, dass Mario Vogt doch noch zur Besinnung kommt. Ich meine, dieser Mann hat von 88 Sitzen im Thüringer Landtag 44 mit diesen drei Parteien zusammen. BSW, CDU und SPD, also keine absolute Mehrheit. Er ist sogar noch auf Stimmen der Linkspartei auch noch angewiesen. Also nicht nur auf Spin-Off, ja, das BSW. Er ist sogar noch auf die Linkspartei auch noch angewiesen. All das macht er mit, nur um an die Macht zu kommen. Ist einfach nur unfassbar. Er ist dann eben auf Bodo Ramelow angewiesen, dass der den dann die entscheidende Stimme gibt. Ein riesiger Skandal, was das in Thüringen angeht. Und spätestens mit dieser Entfüllung hier von diesem geheimen Plan, von diesen geheimen Stellen, die da jetzt schon vergeben worden sollen. Ob das wirklich so ist, aber es wurde ja auch entfüllt, dass die, die wahrscheinlich dann bekommen von vielen anderen Journalisten und auch wurde ja schon von CDU-Mitgliedern bestätigt, wie ich es auf Twitter verlesen konnte. Da muss man mal ganz klar sagen, dann ist das ein riesiger Skandal und einfach nur unglaublich.